Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ich grüße euch recht herzlich. Ja Leute, ihr seht es schon. Die neue Season ist da. Ja, des Drachen. Und wir machen natürlich folgendes. Wir werden einmal den kompletten Brawl Pass durchmixen. Aber nicht wegen den Skin. Skin ist für uns uninteressant. Wir wollen Meteoriten-Room erreichen. Wenn ihr das schon mal feiert, gerne ein Like da lassen. Und wenn du kein Abo da gelassen hast, Abo da gelassen. Falls ich es schaffe, auf Meteoriten-Room, dass ihr das weitere Video nicht verpasst. Es geht los Leute. So, okay Leute. Es geht los. Ganz kurz Info noch an euch. Ich habe noch aktuell ein paar Brawl Pässe rumliegen. Wir sind auch kurz, also uns fehlen noch glaube ich 10.000 Abos. Dann haben wir die 100k. Wenn wir die 100.000 Abonnenten erreichen, machen wir oder planen wir einen 24-Stunden-Stream. Und in diesem 24-Stunden-Stream werden wir 100 Brawl Pässe verteilen. Also wenn du das supporten möchtest, gerne Kanal abonnieren. Würde ich mich freuen. Es geht jetzt los. Wir lösen einmal den Brawl Pass ein. So, okay. Das ist der Skin, den man bekommt beim Brawl Pass. Ich persönlich... Weiß er nicht. Ich persönlich finde den jetzt nicht so krass, ja. Schreibt mal eure Meinung. Wie findet ihr den Skin? Jetzt mal Realtalk. Würde ich mich freuen. Mich würde mal eure Meinung, euer Geschmack interessieren. Wie findet ihr den Skin? Ich sage ganz ehrlich, vielleicht eine 6 von 10 oder so. Eigentlich gefällt mir nicht so. Okay. Wir painen den Pass. Jetzt los. Los. Let's go. Unser Cutter wird erstmal vorspulen, bis der Pass durchgepäht ist. Zwei Stunden später. Okay, Leute. Wir haben den Brawl Pass durchgemaxt, ja. Wir holen uns einmal den Skin ab. Wir holen uns einmal den Skin ab. So, Kid Boxer. Cooler Name. Der Name passt echt, ja. Kid Boxer. Ah, okay. Man kriegt sogar ein neues Spieler-Icon, ja. Aber was auch sehr interessant ist, muss ich sagen, ist der Titel. Goldener Drache. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den Titel? Ich finde den nicht schlecht. Schon sehr cool, der Titel, muss ich sagen. Wirklich. Gefällt mir. Goldener Drache. Cooler Titel. Gefällt mir, ja. So, okay. Wir haben schon mal den Pass abgeholt, ja. Wir haben den Skin abgeholt. Und jetzt starten wir, Leute. Langsam, langsam. Ja, die Sachen abgeholt und gucken, wie weit wir kommen. Aktuell sieht es so aus in meinem Account. Ich bin bei 27.967. Das heißt, knapp 8.000. Knapp 8.000 Credits brauche ich, ja. Für Meteoriten rum. Wenn ich es schaffe, wäre ich der Erste auf der Welt, der es erreicht. Aber wir brauchen auch ein bisschen Glück von den Star Drop. So, drückt mir die Daumen. Abo dalassen, würde ich mich freuen. So, es geht los. So, blinken können wir nicht abholen. Wir haben zu viel blinken. So, blinken können wir nicht abholen. Powerpunkte können wir abholen. So, 500 Powerpunkte. Holen wir ab. Ja. So. Spieler. Pin. Ein Star Drop. Erster Drop. Let's go. Super rare. Leider nichts. Powerpunkte. Powerpunkte. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Sehr, sehr, sehr nice. So, blinken können wir nicht abholen, brauchen wir gar nicht draufzudrücken. Ja, blinken, blinken brauchen wir nicht draufzudrücken. Okay, rare. Leider wieder nur Gold. Wir nehmen einmal alles mit. So, nächster Star Drop. Wieder rare. Bei den Star Drops habe ich leider echt nicht so viel Glück. Ich war gestern noch live, habe einen legendären Star Drop gehabt, ja, und hab 1000 Münzen bekommen. Was eigentlich nicht schlecht ist für Leute, die Gold brauchen, aber ich brauche kein Gold. Ich brauche lieber Credits. So, weiter geht's. Wieder rare. So, hier bekommen wir einmal Gems. Gems holen wir ab. So, hier auch nochmal ein Spieler-Pin. Epic. 100 Bling. Ja, brauche ich auch nicht. Ich brauche keinen Bling, ich brauche keine Powerpunkte, brauche ich nicht. Weiter geht's. Powerpunkte, 102.000 Powerpunkte, ich kann die nächsten 20 Broller-Mixen. Dann brauche ich aber nicht. Ich kann mal nicht abholen, weil er geht. So, Credits und wir haben ab. Geht. Ja. Epic. Leider, wieder Bling. Leider, wieder Bling. So, auf Bling drücken wir nicht, das funktioniert nicht. Nächster Star Drop. Wieder Rare. So, 100 Credits. 100 Credits. Super Rare. Flick. So, blinken wir nicht drauf. Forever. Super Rare. Und so neues Spray. Okay. 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 das ist halt was ich meine es ist halt glück ja ich brauche aus den star drops kredits kennt das man kann legendären star drop ziehen da kann man 2000 kredits bekommen kommt leider nichts auch müsste ich habe jetzt noch müßlich gehabt da habe ich 1000 kredits bekommen aber kommt nix leute ihr seht es kommt nix wir natürlich die credits ja ist klar wir nehmen leider nix so am ende haben wir ein legendären star drop 500 blink und epic brauche ich aber nicht kann gut sein sieht gut aus 500 blinken brauche ich aber nicht ich brauche kein blink oh mein gott müßlich müßlich kommen gibt mir kredits gibt mir kredits was ist das denn was ist das denn was ist das habe ich ja noch nie gesehen warte mal kurz wie mache ich denn hier das ist einer dieser star drop pins das ist ein star drop pin die sind sehr selten das sind das ein sehr seltener pin wow krass crazy crazy davon gibt es ich weiß nicht wie viel es davon gibt ja also es gibt einmal den mir den herzen den herzen hat man bekommen für free das weiß ich so der ist sehr selten der ist auch extrem selten und den sehe ich tatsächlich zum ersten mal wahnsinn wir haben einen sehr sehr seltenen hinbekommen krass heftig okay ja so war es geht weiter es geht weiter wir räumen weiter auf wir räumen weiter auf leider nur wer wieder kredits wieder nur weil ich habe kommen aber wieder bling oder so haben wir wieder pauk und leider so haben wir noch mal links so hier haben wir noch mal ein link bekommen und james immer mit wir haben so viele star drops aufgemacht nicht einmalig in der wand so hier bekommen wir jetzt ein skin ja hitboxer dunkel rote okay so immer noch mal die kredits mit so blingen geht nicht blink kann man nicht mit dem wir haben zu viel bringen nächstes da noch episch kommt epic leider sind über epic geblieben 200 gold wir brauchen kein gold das ist das problem und hier ist noch ein brawl paskin so hier haben wir mal tausend gold ok leute legendärer stado legendärer stado drückt mir die nice nice sehr sehr gut sehr sehr gut zwar allerdings tausend kredits haben wir bekommen stark das war wichtig das hat einen grund warum das wichtig war das erkläre ich euch jetzt und zwar kann es sein kann es sein ja dass wir beim nächsten roll pass ich denke ja ich denke ja bis zum nächsten ball pass ja das heißt wenn der nächste ball pass rauskommt dann kommt er raus in 34 tagen meteoriten rum erreichen werden wenn du das nicht verpassen möchtest wie ich meteoriten rum erreiche abo dalassen glocke aktivieren wir werden schaffen ich bin wirklich sehr überzeugt dass wir schaffen werden weil wir auch während diesen 45 tagen auch challenges haben quest haben wo wir noch mal credits bekommen auf jeden fall abonnieren wenn du das nicht verpassen möchtest wie ich den meteoriten rum erreiche ich sage tschüss kuss geht raus alle die am start waren bei peace onkel mo so so ja so 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 Vielen Dank.